Die Hühnerfeder-Wohlfühlmaschine. Also, erst mal so ein Schwungrad. So rund wie ein Ofenrohr und so dick wie eine Kaffeekanne. Und obendrauf dann Streichelfedern. Ganz viele. In der Mitte eine Kurbel zum Drehen. Und gehalten wird es von einem Ständer, damit auch bestimmt nichts wackelt. Perfekt. Also, das dreht sich und streicht sanft über die Federn. Findus und das eigene Fahrrad. Petterson, guck mal, was ich gefunden habe. Prima, Findus. Mit dem Schaumstoff hier wird dein Sattel schön weich. Und außen herum kommt dieses Stück Leder. Und können wir auch diese Glocke hier gebrauchen? Mein Findus-Spezialfahrer braucht doch wohl eine eigene Klingel, oder? Ach, oh, natürlich. Wieso habe ich nicht daran gedacht? Eine Geigenschlafmusik. Was baust du denn da? Meine neueste Erfindung, eine Seifenblasenmaschine. Komm, schau dir das mal an. In der Kiste ist eine Schale mit Seifenwasser. Die Kiste ist eine Schale mit Seifenblasen. Ich wusste nicht mehr, wenn du esst. Die Kiste ist ein Schale mit Seifenblasen. Ich war etwas haf canhenschläge. Ich bin ein Schale mit Seifenblasen. Vielen Dank.